Ja, wir müssen da durch. Hallo. Du bist ein Mensch, richtig? Meine Leute sahen. Sorry. Du hast die G-3s' attack auf deinem Land, oder? Uh, nein. Wir Gatleons. Unless du mein persönlicher Schaufur bist. Natürlich. Sorry. Ich bin mit deinem Platt, auch. Es ist eine Tragedie, was auf Gatlas passiert. Es macht so viel Sinn, dass du und die Mensch zusammenfassen würden. Aber vielleicht hast du mehr Platz für ein anderer, auch? Ja, ich bin sicher, der große Hotshot-Politiker hat. Das ist genau das, was ich brauchen. Ich kann nur so viel machen. Und nur in den Fällen von der Verkaufnahme. Ich kann nur so viel machen. Und nur in den Fällen von der Verkaufnahme. Ich meine, ich habe meine Hände voll mit Gary, der Poisoner. Er ist nicht nur die Wasser-Water-Supply. Er hat sich jetzt auf die Wasser-Water-Supply verwendet. Er hat sich jetzt auf die Welt verwendet. Wir wissen nicht, wie das funktioniert. Oder ob es eigentlich ein Problem ist. Vielleicht ist es gut, dass es die Welt verwendet ist. Ich bin ein bisschen überrascht. Und ich wünsche, dass ich mehr Zeit auf die G-3. Aber du? Du hast zwei Top G-3-Officer, und weniger Zeit, als es dauert, um ein einziges Rapport zu machen. Ja. Du hast, wie du mir kannst. Aber da ist auch ein Weg, wie ich dir helfen kann. Oh ja? Und wie ist das? Diese Rapport zu meiner Rapport zu helfen, um dir zu retten zu retten zu retten. Du kannst ihn nutzen, um sie zu retten, 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 bis sie zu retten, bis die G-3 zu retten. Aha. Oh! Menschen retten. Ein Knopf. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? danke. Sincerely, Sie Menschen und Gatliens. Sie sind zwei sehr noble species. Das bedeutet mir viel zu mir. Ich habe mein Leben zu machen, um meine Macht zu helfen, zu helfen die Leute in need, aber auch meine Grenzen habe ich mir. Ich bin nur glücklich, dass du jemanden wie du zu tun hast. Als ein Token von Dankeschön, meine Team werden, die ganzen Konten haben, die wir finden an der G-3 Ja, die Aussicht ist wirklich, ähm, bombastisch. Weißt du was? Aha. Okay, gerne zurück nach Hause. Okay, gibt es hier irgendwas zum... Ja, kann ich ihn... du weißt schon? Nee. Kann ich da durch? Auch nicht. Großer Lasse. Ja! 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 Es war gut, oder? Ich habe ein Wort, der sagt, dass sie uns mit allen G3-G3-G3-G3 finden. Ja, und er hat uns sogar diese weirde Sache, die wir mit Menschen schützen können. Oh, verdammt! Du hast es einfach. Nichts wie便宜er als das das immer passiert, als ich bautierabend bin. Hey, äh, das Wort, wir sollten dir ein Jetpack bevor du nachherst in die Flanze. Wir werden es wirklich brauchen. Gehen wir in die Pawn Shop und sehen, ob sie einen in Stoß bekommen haben. Oh, und du möchtest auch einen Bordeaux Chefstand. Es ist ein bisschen schade, aber die Walk Disks, die du siehst, können ziemlich hilfreich sein werden. Aha, auf zu Mr. Kipps. Wir gehen einen Jetpack kaufen. Betreten downtown. So, Willkommen zurück, geschätzter Kunde. In Mr. Kipps Feindler sind einige neue Gegenstände eingetroffen. Okay. Ja. Ne. So, unser Algorithmus zeigt an. Ah, scheiße, jetzt habe ich das verpasst. Hallo. Ich kann helfen, äh, ich kann helfen. Das doch? Äh, ja, ein Jetpack Tank. Was ist das? Oh, okay. Wo ist der Jetpack? Inside Trash. Oh, da gibt es aber ganz viel zu kaufen. Nachladetouch. Scheibenblase. Abladeffekt-Mode, okay. Munitionsbeutel. Aber wo ist der Jetpack? Was ist das? Augen. Hallo? Wo ist der Jetpack? Strampler. Bin ich jetzt blöd? Eigentlich sollte es das sein. Koffe ein Jetpack. Das ist es? Ist das nicht... bisschen klein? Okay. Warte kurz. Da stand Inventar. Ah, okay. Verbesserungen. Guss. Swizi. Zeitblase, okay. Okay. Gegenstände. Warbscheiben. Ein Mann Mann. Oh. men嗎? Aber? Was ist das? Wir kaufen noch irgendetwas. Nachladetakt, Kenny. Munitionsbeutel, Kenny. Oh, verstehe. Blau ist das. Und Rot ist für ihr. Fernzündermod. Das kaufen wir auch. Inventar öffnen. Und jetzt können wir das auch hinzufügen. Jetzt sieht sie auch anders aus. Schleimsaugermod. Da kaufen wir noch die Mod. Inventar öffnen. Fokus. Jetzt sieht ja auch gelb aus. Das ist mehr Leben. Tausend. Sollte eigentlich reißen. Hallo, ich bin's, Plonto. Ich betreibe den Lebensmittelstand in der Nähe deiner Wohnung in Blimp City. Okay. Warte. What's that guy yelling about? Illegal stuff? Is he talking to us? Hey! Asshole! Come over here right now! Sorry for yelling and calling you an asshole, but I need you to come over here right now and buy my illegal shit! Oh? Here is, what's up? My name's Stan and I sell vials of alien cum. I know that's probably not what you wanted to hear when you walked over here. You want to come or what? Hmm. Okay. Why are you here selling alien cum? Is there seriously an actual market for that? I consider it policy not to ask my clients why they want the gallons and gallons of alien cum they buy from me. I figure the less questions I ask about what people are doing with all this alien cum the better. So, are you buying or nay? Hmm. Wait, hold the phone. What the fuck? You sell alien cum? I know it's gross, but calm down. My name is Stan and I sell horrendous amounts of all sorts of alien cum and we're just gonna have to live with that knowledge together now. Did we look like people that would want to buy alien cum? Sure. Look, I have absolutely no idea. I'm shocked to my core every time somebody buys literally truckloads of alien cum from me. But they do it all the time. There's no rhyme or reason to it. I've been completely unable to narrow it down to a set of demographic. Grannies, cops, movie stars, politicians, everybody likes my delicious alien cum. I've had every type of weirdo coming up here saying, I like 600 gallons of your absolute highest quality alien cum. And I say, does it matter which aliens that cum come from? And they say, no, sir. It truly does not. I just want some alien cum. No further details needed. So, what? What's it gonna be? You want some alien cum or not? Uh, can't get my... All right, uh, listen, we thought it over and we'll take some alien cum. Whoa, look at you! You want some alien cum? I'm so glad you're interested. Look, you caught me on a good date. I'm doing a promo one-time offer, free alien cum. Take some on the house and if you like it, just come back and get some more. Just tell all your friends about me. Say, Stan... Uh-huh. Oh, it's so schwerer als ich dachte. Na, super. The absolute best alien cum I've ever seen, tasted, touched, whatever. I'm not sure if it's his or if he's getting it from some other alien, but I'm just such a huge fan of his work and what he's doing out there on the streets of Blam City selling alien cum to the community. Say all of that! Alles da. Da ist schon wieder der bei meinem Haus. Ugh. How'd it go? Did you get a jetpack? Yeah, but it's on backorder. Great! Perfect excuse. for a rest. We're still waiting on Klugs Intel anyway. Why don't you go to bed and sleep off some of that excitement? I darf schlafen? That sounds like a good idea. Okay. What kind of stuff did you do in here? Like anything gross? You have to tell me. Like seriously, come on. We're best friends now. Nice. Hey, good night partner. I'm just going to sit right here and watch you fall asleep. I'm really glad we met. You know, I think I think we're doing something amazing here. How cool would it be if we actually stopped the G3? Sorry, sorry. I'm just I'm excited. I'll shut up. Let's get some sleep. Pretty soon. You know, we'll be jetpacking across all the space. Sorry, I'm being too loud. You're probably trying to let's get you to sleep. Oh my God. Oh, unser Anzug. Zeig deine Anzeige, okay. Oh. Sweepstay. Wir haben ein paar Tage durchgeschlagen. Hä, wo sind wir jetzt? Neuer Anzug? Over that gap. Haltes Pace. Okay. Yeah. Kriege zurück zum Dach. Okay. Drücke 10 in der Luft, um zurück zum Dach zu schweben. Wow. Halte, unterreiche maximale Höhe des Jetpacking. Okay. Da. Well, I gotta tell you, Gene was right. That is gonna come in handy. It's also fun. You can fly while doing combat. It's a very cool feature that we have here. We put a lot of time and effort into it. Let's head back and talk to Gene and see if there's any new bounties. Yeah. Oops. Ah, was cool. I've been telling you to clean up. This place is a mess. I need you to clean it up before Tweed gets here. Oh, got a big date with your sad sack Flimborg boy toy? Fuck off, Gene. Like, you've even ever been on a date. Hey, don't even start, sister. I know a lot about dates. I've fucked more aliens than your brain can comprehend. And even I don't want to touch your boyfriend. So sick of hearing about this guy. Yeah, right. My boyfriend is so fucking hot though, right? Oh, come on. You haven't even seen him. Why'd you answer that? Trust me, you don't have to support her just because she's family. This guy's a loser. He is so hot. He's like a low seven or a high six. And he's really nice to me. Yeah, no ulterior motives there. Just clean up after yourself. Jesus. Hey, look. I'm sorry if I'm coming off harsh. He's messing up the group dynamic. We've got a good thing going here. We do that fun sitcom banter back and forth while your nibbling here goes and blasts alien baddies in the face. It's great. Dude, you're lucky you even get to live here with us. I don't care about your damn dynamics. I'm just saying you barely know this guy. Are you sure you're even attracted to him? Most aliens only bang their own species. What about you? You just said you've slept with basically everything in the whole galaxy. Yeah, but I'm a washed-up degenerate. You've got your whole life ahead of you. That's more condescending than it is sweet. What? No. Look. We've spent all this time living together. I care about you now, Leslie. For fuck's sake! My name's Lizzie! Come on. Tell her I care about her. Excuse me? No, sorry. But I am not about to let this fuck-up degenerate school me on life decisions. The fact that I'm a fuck-up degenerate is exactly why you should let me school you on life decisions. I know better than anyone what not to do. You're both assholes. Yeah? Well, you're gonna get this Twig guy pregnant. And then I'll be here to tell you I told you so. Then who's gonna have to deal with all your mutant kids running around this house? Me! Yeah, not that it matters, but I'm the one who would get pregnant. Not the way his species works. They get pregnant real easy. I'm so sick of this shit. Look, I just don't want Twig to think I'm messy, okay? It's that simple. And I don't want you dating him at all. Why don't I set you up with my nephew Grimble Dick? He's got a steady job. And yes, before you ask, he's got both his legs. It's not like a family ailment or anything. Fuck off! Just grow up and get used to me and Twig! Come on, tell Jean I can date whoever I want. Thank you! Not that I needed your approval. Oh, fine, yeah. Team up against the depressed paraplegic. I didn't know you were depressed. I mean, I knew you were depressed. Har, har, har. Just clean up, Jean. Okay? Sorry to drag you into all that. Anyway, a nice little arrangement with Klug is paying off. They sent us intel on two new bounties. So, go ahead if you want to get started on those. Da schaut sich immer dasselbe an. Okay, schauen wir mal. Drei. Let's go. Hallo, Gritinator. Wie geht's? Sie nach dem Moblet. Oi. Oh, ein Moblet! Es ist du! Das ist der Savior! Oh, ja, 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 das sind wir. Wo ist alle? Oh, das war total. Auch gut, auch gut, danke. Ich glaube, sie lieben, sie zu entlastet. Oh, schade. Okay, keine garantie, dass wir sie wieder retten. Aber wo, wo, wo sind sie? Sie arbeiten jetzt in Skrindle Labs. Just pass die Muschel. Ja, es ist schon cool. Es wird halt viel geredet, also, aber man kann das auch, ähm, 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 in den Einstellungen minimieren, damit sie nicht so viel reden. Weil die reden wirklich ohne Pause. Aber so uns ist es super cool. Kann ich empfehlen. Also, wenn dir das gefällt. Es ist so... Oh, danke, dass du mich wieder rauskriegst. Rikum-Morti-Style hat. Wo müssen wir da hin? Ah. Will er, dass ich da drauf bin? Ah, wir haben jetzt ja den Jamfett. Aber, ich würde sagen, warte noch ein bisschen. Weil es ist jetzt gerade schon etwas teuer. Also, 50 Euro ist schon viel. So ein bisschen, bis irgendein Rabatt kommt, dann würde ich es kaufen. Vielleicht können wir etwas finden, mit dem Skanner. Die Sauna schon. Okay. Ja, ja. Aber ich finde es cool. There we go. Why haven't you been using me? Alright, time to put that jetpack to good use. Ja, die Spielwelt zieht einen schon in den Bann. Das ist schon cool. Okay, da war noch.